Und hier gibt es auch kleine Hirsche, die sind im Gehege und wenn man sich hier ein bisschen links dreht, das Alpaka läuft frei rum und es spuckt oder furzt oder macht irgendwas. Der Markus spricht jetzt mal mit dem Cockatoo. Das war der Cockatoo. Sam, hello Sam! Hello Sam! Isabelle? And your family? Hello Sam? Hello! Hallo Sam. Hippie. I'm fine. Ich danke dir. SIe. Pardon? Beg eu-pardon Sam, bitte Heee! Ok, das heisst jetzt wir sollen wieder gehen. Der Mann hat sich gerade entwohlen. Das werde ich nachher auch machen. So, jetzt ist es endlich soweit. Andrea darf ihr Wombal halten. Das Baby ist einfach zu süß. Jeder muss es knudeln. Das ist eine Minute. Das ist eine gute Idee. Ja, sie ist heavy. Wie ist sie? 6.5kg. 6.5kg. Und sie ist nur 8 Monate alt. Oh, gosh. How big did they grow? Up to about 40kg. Oh, god, come on. So much. So much. So much. Because that's why you can't hold those ones. No, they start to throw the back out. It's more about picking them up and bringing them in. So much. So much. So we can see. Oh, der hat da jetzt noch ein kleines Coffin geholt. Okay, you might want to turn around a little bit more sideways. Dad, that's better. So süß. We'll get a couple and then. Shhh. Here's your titty. Yes. Here's the thingy. Good boy. Sorry. That's why you're running away. Because I was calling you a girl, wasn't you? Oh, sorry. I called the last one a boy and it was a girl. Is that better? Is that better? You're showing off now. You're showing off now. Here we go. Come through.